Hallo, 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 hier ist wieder Schoko Banoki New Television Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Jenna ist der Marc Hagenbeck heute wieder in der Haus. In der Haus, yeah, man. Und ich bin Sashi und wir haben heute den 4. Juli. Am 4. Juli haben wir wieder ein Geburtstagskind. Und kennst du, Ute Lemper. Unsere Ute Lemper, natürlich. Ein Exportschlager. Musical-Darstellerin in Cats, in Cabaret und so ein Zeug. Hat hier ganz viel. Kann singen, tanzen, springen und damals ganz gut aussehen. Damals. Ja, alles vergeht. Das sieht man ja an dir. Ja, genau. Apropos ich, kommen wir mal zum Sport. Richtiger Schenkelklopfer. 4. Juli 2006 in Deutschland findet während der Fußball-Weltmeisterschaft das Halbfinale Deutschland gegen Italien statt. Alter. Muss das sein. Deutschland verliert in der Nachspielzeit 0 zu 2 gegen Italien. I know. Grosso hat das 1 zu 0 gemacht. Ja. Gegen Portugal sind wir dann Dritter geworden. Ja, jetzt ist geschissen drauf. Aber war jetzt auch nicht mehr so. Da war dann der Olli Kahn wenigstens wieder im Tor. Lehmann war im Tor, im Halbfinale. Er hat ja diesen Zettel, weißt du noch? Diesen Zettel? Ach, war das mit dem Zettel? In der Stulpe? Zettel in der Stulpe? Ja, das war, glaube ich, im Viertelfinale gegen Argentinien, bin ich der Meinung, war das gewesen. Und dann im Halbfinale gegen Italien haben sie dann natürlich uns wieder weggeschossen, die Italiener. Ja, haben sie meistens ja auch bei WM und EM. Immer diese Italiener. Immer. Weißt du, was sie können? Nix. Im Strafraum drumherum liegen, das können sie. Ja, und jammern. Und jammern. Ja, genau. Aber, ja gut. War ein harter Tag. War wirklich hart. Also, das war ja das Sommermärchen. Das war ja 2006, war ja in Deutsch. Ich kriege jetzt so Kennzeichen heute, wenn ich darüber rede. Ja, das war klasse. 2006, da war man so... Public Viewing! Selbst ich als bekennender Nicht-Fußballer, ja, also WM, das treibt mich dann immer wieder raus. Hast du das Public Viewing gesehen? Ja, na klar. Nee, ich habe es irgendwo in einem Wohnzimmer gesehen und das war, glaube ich, zu acht oder neun oder sowas. Und das war schon fies, ne? Also, das war schon... Du hast ja echt da gesessen und sagst, das darf jetzt nicht wahr sein. Ja. Das darf jetzt nicht wahr sein, hat man irgendwie gedacht. Das war echt... Das war sehr bitter. Ja, und da war... Da war Ballack raus. 2010 war er ja weg. Ja. Ja, also 2010 ist er ja dann nicht mehr angetreten in dem WM, weil er verletzt worden ist von Prinz Boateng. Weißt du noch, weißt du noch? Das ist eine ganz andere Geschichte. Egal. Ja, am 4. Juli ist natürlich auch Nationalfeiertag in den USA. Zack, Independence Day. Independence Day, da gibt es sogar einen Film zu, ne? Ja, sogar zwei. Wie das damals gelaufen ist, ne? Da gibt es echt zwei. Ja, ich weiß. Den zweiten Mal irgendwie im Pay-TV irgendwo im Hotel erst mal angefangen zu gucken. Also, so ein Rotz aber auch. Pay-TV im Hotel, ja? Pay-TV heißt ja nicht gleich Porno. Ja, okay. Machen wir mal weiter. Netflix und Amazon Prime ist ja auch Pay-TV. Ja, das stimmt schon. Ja, da guckst du blöd, ne? Na ja, da wollte er mir wieder was ans Bein nageln hier. Hat es auch so ein Massagebett gehabt, wo du so ein... Nee, aber eine Masseurin. So, 4. Juli. Okay, 4. Juli, was gibt es noch am 4. Juli? Ich weiß auch nicht, was am 4. Juli gibt es. Der hat den Sekt aufgemacht. Weiß ich auch nicht. Ja, am 5. Juli 1954 war... Achso, da war 54, da war bestimmt Endspiel Deutschland-Ungarn. Das Wunder von Bern. Das Wunder von Bern. Das Wunder von Bern. Wir sind Fußball-Weltmeister geworden. Ja, was wir dann 2006 nicht geschafft haben, überhaupt ins Finale zu kommen. Richtig, richtig. Und Rahn schießt! Rahn muss das Winterkurs schießen! Rahn schießt! Und schießt! Tor! 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 Schieß aus! Oh! Das war natürlich für die junge Bundesrepublik ein sehr wichtiger Sieg eigentlich. Da haben wir als Land auch schon wieder so ein bisschen Selbstbewusstsein... Wieso wir? Du warst ja ganz dabei. Komm. Ja. Morgen sehen wir uns wieder am 5. Juli. Da geht es hoffentlich wieder nicht um Fußball, weil der Marc, der hat ja auch keine Ahnung... Vielleicht ist der Ehlert mal nicht dabei, hoffentlich. Kann er sein. Das wäre super gern. Tschüreru! Ich bin Sophie! Macht's gut, Leute! Bis zum nächsten Mal.